Das ist der Kuchenheld von PemperChef. Dieser kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Küchenhelfer erfüllt gleich zwei Aufgaben in einem. Mit der Edelstahlspitze könnt ihr sicherstellen, dass euer Kuchen auch vollständig durchgebacken ist. Dabei ist diese hier lang genug, um den Gargrad auch in tiefen Backformen zu prüfen. Dazu steckt ihr den Kuchenheld einfach bis zur Hälfte in euren Kuchen und wenn kein Teig mehr am Tester kleben bleibt, ist der Kuchen durchgebacken. Es geht also genauso einfach wie mit Holzstäbchen, aber ihr vermeidet Abfall dabei. Mit der anderen Seite vom Kuchenheld aus Nylon könnt ihr eure Backwaren ganz einfach aus der Form lösen, ohne dabei Kratzer in der Antihaftbeschichtung zu verursachen. Da der so klein und schmal ist, eignet der sich natürlich auch super für alle kleinen Mulden in Backformen wie zum Beispiel bei Muffins, Donuts und so weiter. Und die engen Kurven und Ecken könnt ihr dabei super herauslösen. Anschließend kann der Kuchenheld dann auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Und zur Aufbewahrung haben wir hier noch so eine kleine Kunststoffabdeckung. Die wird dann einfach hier über die Edelstahlspitze geschoben, damit man sich nicht damit verletzen kann.